Jetzt wieder Auron. Ja, heilt Auron weiter, das ist okay. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ich muss aufpassen, nur dass Tee das halt nicht stört. Ich weiß mal die... Protea... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Sie sich selber gerade nicht Protea gegeben. Strange, okay. Ah, ist mal daneben. Achso, ist geblindet. Ähm, okay. Weißmagie, Medica, zick. Blind mal runter. Juna muss sich selber noch heilen. Ah, okay. Sie macht trotzdem zwischendurch hellenbeißer. Okay, alles klar. Juna ist nicht sehr gut. Das heißt, sie kann einmal Rai Wasser auf Auron machen. Und danach sich selber noch heilen. Perfekt. Auron kann einmal Panzerbrecher machen. Geht das auf das Vieh? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Ist er auch im Mond. Äh... Spezial anfeuern. Ich hoffe, dass die Leute noch ein bisschen mehr Schaden machen. Juna... Äh... Warte mal, macht sie eigentlich viel Eisattacken? Das würde mich mal interessieren. Gucken wir mal. Ist wieder hellenbeißer. Diesmal Juna hat sie leider auch wieder abgetriegt. Das ist doof. Geht langsam das Weihwasser aus, wenn ich muss aufpassen. Äh, Tidos. So, aber ich hab sie schon... Half-Life fast. Das ist gut. Jetzt macht sie ja mal ihren Auto-Hit. Okay. Ist auf jeden Fall kein Eisangriff. Gut zu wissen. Item... Weihwasser. Zack. Magie vielleicht auch wahrscheinlich anfunktionieren. Nein. Wer hätte das erwartet? Sieh mal den Auto-Hit. Okay. Ähm... Potions müssten gehen, oder? Nein. Okay. Potions gehen auch nicht. Gut zu wissen. Nein, weiss. Sie hat's wieder abgekriegt. Verdammt. Kann nicht. Warte mal. Gibt's mal... Antizett, aber damit nehme ich halt alles runter, ne? Protions... Protions... Jetzt mal was auf Tidos machen. Weil... In dem wir sonst gleich wegstirbt. Das wäre nicht so geil. Das müssen wir bei Brione in dem Dings bleiben. Sie können jetzt ja die anderen heilen und sich selber halten. Was tatsächlich an sich gar nicht so schlimm ist, um ehrlich zu sein. Ja, genau. Und nicht auf Yuna. Ja, auf Auron. Perfekt. So. Äh... Ich glaube, das geht nicht. Ich kann sie jetzt töten, indem ich Engelcaste, aber das will ich natürlich nicht. Beschwörung. Bringt mir das was? Bringt mir nichts, ne? Ich habe halt keine Master Summoning leider abgerade. Was ein bisschen doof ist. Aber jetzt hier. Das ist okay. Das ist nicht okay. Das finde ich doof. Gibt es alle wieder abgekriegt. Das haben alle wieder abgekriegt. Okay, dann machen wir das jetzt diesmal wieder anders. Wir machen wieder Weihwasser auf Yuna. Okay, Yuna muss ich gleich mal selber heilen. Ähm... Weihwasser auf Auron. Der wird von ihr geheilt. Alternativ. Tidors ist nun mal dran. Dann darf Tidors angreifen. Yuna heilt sich einmal kurz. Sonst war zu viel. Ist egal. Bisschen overhealed. Oh, wir haben eine Ekstase. Tradition. Sei es mal. Oh, ich habe noch funktioniert. 2,1 K. Das ist halt eine AE. Das Problem ist... Ich weiß halt nicht, ob ich damit nicht mehr Schaden balanceen vom anderen, aber... Guck mal. Und wieder Höhnenbeißer. Boah, ist das nervig. Eigentlich fällt mir grad mal so auf. Brauche ich das doch nur... Auron zu nehmen. Irgendwie heilt sie doch immer nur Auron. Oh, Regina ist böse. Auf Auron! Ah, das ist natürlich nice. Äh... Ich könnte halt Summonen, aber ich will halt grad nicht Summonen, weil ich nicht weiß, inwiefern das sinnvoll ist. Sie hätten noch 9 K. Das... Eigentlich kann ich das jetzt einfach clean runterspielen. Okay, ich muss das instant von Auron herunternehmen. Weil Auron hat halt einen Regener-Effekt, das ist ja kacke. Aber das ist halt dann wie ein Dot. So. Das funktioniert wahrscheinlich nicht, oder? Ja, Summonen gegen Zurückschubsen. In der Timeline. Tidus ist dann leider ein bisschen am Sack, was aber okay ist. Die ist... Oh, wait. Das erkennt, das war ein guter Crit. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Ja. Hallo, mit Usa. Vernichten? Er vernichtet? Was? Äh, wer da was? Wait a second. Also, sie wird wahrscheinlich jetzt kein Dings mehr machen, wie ich jetzt machen aus. Ah, nicht auf Tidus. Ah, doch, sie macht immer noch Höhenbeißer, Alter Schwede, das wird ja witzig. Alter. Wallwasser, Juna. Das Ding ist mit Tidus, was ich leider jetzt hast gar machen, damit die alle wieder schneller sind. Juna ist jetzt zweimal dran, das ist perfekt. Dann können sie nämlich auch beide einmal Wai-Wass. Das ist jetzt 60.000, Alter. Holy shit. Alter. Okay, das ist ja noch kurz vollheilen hier. Mind Blaster. Ach du, okay. Hat zum Glück anscheinend nur Auron getroffen. Oh, schöner Crit. Nein. Na, was macht sie? Okay, jetzt noch kein Witze. Medica. Äh, Angreif. Wir sind noch immun gegen das. Okay, aber der macht immer einen Counter-Hit. Das ist wieder... Okay, ist gut zu wissen. Gut, äh... Wollen wir mal zwischendurch dann mal ein Dings geben. Äh... Äh... Weiß Magie. Dann halte ich mal selber ganz kurz einmal so. Verlichtet. Na, toll. Na, dann darf es diesmal sein. Wieder Auron. Zwei. Ui, Tidus ist der Einzige, der überlebt hat. Alles klar. Tidus wird dafür jetzt sterben. Oh, sie haben es natürlich beide. Aha. Engel. Tidus. Na, Regina heißt jetzt. Auf wen? Auf Juna. Was ist denn hier? Das geht so nicht. Äh... 45.000. Holy shit, ey. Oh, wait. Warte mal. Ich habe Mist gemacht. Ähm... Die haben alle kein Protein mehr, ne? Ah, wait. Tidus kurz mal heilen. Die haben auch keinen Hast mehr. Das ist scheiße. Medica... Auron erstmal, weil der ist nämlich als nächstes dran. Habe ich noch ein Item gegen sowas? Ne, ne? Stumm, blind und das war's. Okay. Dann Auron, äh... Gib hier. Das Ding ist, dass Tidus jetzt gleich dran ist. Regina auf. Bitte nicht auf Auron. Ach, Mann. Und er kraft Auron an Auron. Dankeschön. Und Auron ist geblindet. Ah, das ist so ein schlechter Scherz, ey. Warte mal. Antizit. Verliert er zwar Regina, aber es müsste doch auch auf Dings gehen, oder? Das wird das auch Zombie. Nein, das wird Zombie leider nicht. Ach, mein Gott. Ist das gerade nervig. Tidus und Yuna beide da unten mal. Sehr geil. Alter Schwede, ey. Auron wird jetzt draufgehen. Das ist halt einfach so unendlich nervig, ne? Meitere Phoenix-Feder auf Auron. Das Problem ist nur langsam. Das ist okay. Nein, stopp. Da ist man gegen Haska. Wie viel hat denn das noch? 40.000. Ich kann einfach mal mit Barfaris mal probieren, was passiert, wenn ich, äh, hier, äh, ne Beste, habe ich schon. Mann, ey. Okay. Okay, 100 Schaden macht sie jetzt etwas Spezielles. Macht sie ja die ganze Zeit nur irgendwelche Hits. Mind Blaster, okay. Aber da ist ja, äh, wenigstens wahrscheinlich die Moon gegen, oder? Habe ich doch mal gegen Verwirrung? Hat Faris? Hat er jetzt irgendwas? Nein, nein. Was sieht nicht so aus? Sanfte Tour, harte Tour. Äh, andere. Mal gucken. Zombie, oder? Der hat auch Zombie bekommen. Counterhit, aber... Was macht er jetzt? Einsaugen. Äh. Tausend. Okay, ähm, Barfaris ist irgendwie tot. Das ist mir so viel Schaden gemacht, leider, wie ich es gewollt hätte. Spira. Oh, wie ist viel Cloud MP? Alles klar. Und der Unterschied, dass es gar nicht so schlimm ist, weil Faris eh kein großer Höchst-MP hat. Ja, okay, Faris ist down. Äh. Boah, Alter. Scheiße, mein Glas, der ist jetzt verwirrt. Alle sind verwirrt, natürlich. Er will sich selber hauen. Yuna will ihn hauen. Types will Yuna hauen. Alle hauen daneben. Yo, Yuna ist fast tot. Dankeschön. Und der ist nach... Wow. Das ist ja perfekt. Das Problem bei der Sache, Yuna ist... Warte mal, hat Yuna? Na, hat kein Zombie, ne? Sie ist nur geblindet. Tidus ist auch wieder normal. Das ist perfekt. Äh. Äh. Weihwasser. Wir gehen echt langsam wie Weihwasser aus, ne? Warte mal. Wir machen das mal anders. Und ja, warte mal, Yuna ist... Das machen wir mal dran. Alter. Darf ich bitte auch... Dankeschön. Zombie weg. Yuna hat zum Glück den Spiel. Das heißt, sie kann jetzt einmal... Boah. Shit, dann wir gehen echt langsam. Nee, warte mal. Dann macht das doch anders. Dann macht die Yuna... Äh, weil das Problem einfach ist, dass ich die, ähm... Das Ziel ist noch geblindet. Nein, ist er nicht. Äh, Item... Doch, er ist geblindet. Er hat trotzdem getroffen. Neues. Ah, ne, er hat nur noch Zombie. Ah, das ist Zombie. Okay. Hast, hast, Prote... Okay, äh... Okay. Das sind viergebracht. Ein bisschen immerhin. Ich werde mir Bahamut oder Shiva aufheben für den... Für die, ähm... Final... Für die Finalung doch. Weil die machen ja beide doch relativ viel Scham. Oh, Yfret macht 2k Schaden. Das ist nice. Das sieht nicht als Angriff, leider, ne? Oh, Einsaugen ist böse. Die Schaden kriegt er da durch. Eins, fünf. Und der Mindblaster noch. Aber auch hier, Yfret kann ja eigentlich nicht verwirrt werden. Und er kann gerade... Warum kann er gerade, weil er Zombie ist? Oder warum? Wieso kann er denn gerade keine Ekstase machen? Das finde ich jetzt strange. Kann man jetzt Zombie keine Ekstase-Fähigkeit benutzen? Das ist ja dumm. Nochmal einsaugen? Really? Wow. Es waren 1000 Schaden durch Yfret. Das ist halt komplett insane, weil es zweimal einsaugen gemacht hat. Äh, nächstes hab ich dir... Entschuldigung. Konfrontation gelernt. Okay. Dieses Single-Target-Counter. Das ist halt einfach dumm. Yuna braucht Damage. Deswegen kriegt sie jetzt einmal hier... Zack. Weil sie braucht die... Äh, das eher ein Kacke-Granister. Sie braucht die Beschwerung. Oh, das war sogar ein Crit. Oh, nee. Nicht schon wieder vernichten. Das Problem ist, ich hoffe, dass es nicht alle trifft. Wenn es alle trifft, dann ist ja automatisch vorbei. Okay, ist halt Tidus nicht getroffen. Wenn es gut ist. Dann gibt's... Oh, shit. Warte mal. Äh, Megaphönix auf alle. Das Problem ist, ich hab kein Mana mehr für... Gemma... Verhasst und sowas. Äh. Yuna bitte nicht. Yuna hat's nicht gekriegt. Das ist perfekt. Äh. Eine Phönix-Feder auf ihn. Und einmal... Willkommen. Das ist okay. Ne, warte mal. Sie muss... Theoretisch müsste sie heilen. Sie kann aber einfach eine High-Potion für Tidus geben. Das ist auch okay. Boah. Ist das nervig auch nicht noch ein Höllenbeißer? Oh, Mann. Diese Fähigkeit ist so dumm. Okay, RNS. Hat nur noch... 2,4 Karis. Habe ich denn noch einen Sinn vorne? Nein, okay. Ähm. Habe ich... Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Benutzen. Giftsturmstein. Ah, nee, okay. Ne, 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 da nicht. Dann... Geh mal wieder zurück auf Tidus. Hm. Passt auf Yuna. Damit Yuna schnellstmöglich in den... ...schönen Bereich kommt. Mein Blaster. Oh, nein. Bitte nicht. Oh, es ist keiner verwertet. Doch, Tidus ist verwertet. Äh. Schnell, weiße Magie. Nein, stopp, zurück. Weiß Magie. Ne, wo ist das? Medica. Zack. Und das Wies unter 100k. Äh, unter 20k. Noch einen hellen Leister, Alter. Das macht jetzt nur noch die beiden Attacken, ne? Das reicht immer nicht für Yuna, um... ...in den bösen Bereich zu kommen, sage ich jetzt mal. Und daneben. Ist ja really geblindet? Warte mal. Ja, jetzt könnte ich meine letzten beiden Beiwasser verwenden. Einen muss ich auf jeden Fall verwenden. Yuna. So, warte mal, jetzt mal ganz kurz das Gucken. Zombie. Nee, die haben alle nur Zombie. Das ist ja strange, warte mal. So, das Problem ist, ich kann da noch jetzt kein Zombie mehr heilen. Oh, das nervt. Könntest du bitte... Warte mal, die die Zombie haben, können nicht vernichtet werden? Kann das sein? Ah ja, okay, alles klar. Das ist tricky. Okay, alles klar, aber dann habe ich es verstanden. Mega-Phoenix. Ich habe leider nur noch vier. So, Tidus ist down, was nicht weiter schlimm ist. Der Höllenbeißer ist okay. Wenn Yuna jetzt nicht getroffen wird, wäre das perfekt. Da wird natürlich getroffen. Äh, Phoenix-Feder für Tidus. Sie hat jetzt ihre... Ist das perfekt? Höllenbeißer? Okay. Jetzt halt die Frage, ist es halt besser, immer nur einen zu verlieren, wenn sie leatert? Ich glaube schon, ne? Dass ich jetzt halt einfach komplett mal kurz auf ihr schiete. Gucken wir mal, ob es reicht. Wenn ich ganz, 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 ganz viel Glück habe, dass ich das verläuchte. Daumen drücken, Leute. Ja. Ja. Errungstrafrei gescheitert wird die Vergangenheit bewältigt. Errungstrafrei gescheitert wird die Vergangenheit bewältigt. Sie ist down. Endlich. Genau, dass wir es down. Oh. Boah. Ich war ja auch gefühlt irgendwie gar nicht nervig. Wenn ich sterbe, dann ist das letzte Aeon. Und mit ihm, nur eine Hoffnung von Spira. Dann finden wir eine neue Hoffnung. Fool. There is no other way. Even if there was. Even if you did destroy Sin. You Yevon, the immortal, would only create Sin anew. You Yevon? Ah, Zeon. Forgive me. Spira hat sich von der Leid der Hoffnung verabschiedet. Alles, was bleibt, ist Schmerz. Ich kann... Lass uns etwas mehr unglaublich machen. Was? Destroy Sin. So it won't come back. And without the final Aeon. I don't know how just yet. But I'll find out. Gibt's hier irgendwo... Möglichkeit zu speichern? Okay, wir kommen zu den nächsten Mal. Wir müssen sprechen. Was? Es ist etwas, was du wissen musst. Ich weiß. Es geht um dich, oder? Ich bin auch ein Unzett. Du bist nicht überrascht. Ich glaube... Ich glaube... Ich weiß... Ich weiß. Es war Unaliska, nicht wahr? Wenn Braska und Jecht died, verletzend Sin. Ich konnte es nicht akzeptieren. Ich kam zurück hier. Ich versuche sie zu schützen. Ich versuche sie zu schützen. Ich versuche sie zu schützen. Aber sie hat mich aufgelenkt. Ich habe mich auf dem Weg, auf dem Mount Gagazett. Aber meine Güte hat mich verlassen. Just außerhalb Bevel. Das ist wo Kamari mich gefunden. Ich habe ihm über Yuna... Just bevor ich sterbe. Hm. 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 My memories. Can I ask you one last favor? Uh. Nah, never mind. Out with it. Okay. Listen good. Take care of my son. My son in Zanarkand. He's such a crybaby. He needs someone there to hold his hand, see? Take care of him, will you? But how am I supposed to go to Zanarkand? Hey, you said it yourself. There must be a way to get there, right? You'll find it. Uh, alright. I will. I give you my word. I'll take care of your son. I'll guard him with my life. Thanks, Oren. You were always such a stiff. But that's what I liked about you. Oh, man. That's why... ... 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